Wenn du Milch zu Hause hast, solltest du dieses Dessert unbedingt einmal probieren und du brauchst nicht mal einen Ofen dafür. Die ganzen genauen Mengenangaben findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Im ersten Schritt nehmen wir uns einmal einen Topf, geben hier die Butter hinein, lassen diese dann einmal schmelzen bei mittlerer Hitze, bis die komplette Butter eben hier einmal zerlassen ist und dann kommt das Mehl hier noch mit dazu. Das Ganze rühren wir dann einmal ein, bis du hier eben kein weißes Mehl mehr siehst, sondern es komplett mit der Butter verrührt wurde. Und im nächsten Schritt geben wir dann noch die Milch mit dazu. Jetzt wird das Ganze einmal ordentlich umgerührt und sollte eben so einmal zum Kochen gebracht werden. Außerdem geben wir noch die Packung Vanillezucker mit hinein. So wie 80 Gramm von dem Zucker. Immer schön umrühren, bis das Ganze eben einmal aufkocht. Wenn es dann aufkocht, dann sollte es etwas dicker werden, wie du hier sehen kannst und dann kannst du das Ganze auch schon in eine Auflaufform geben. Ich habe jetzt hier eine 24 x 24 cm große Form. Dort kippe ich den gesamten Inhalt einmal rein und stelle das Ganze danach in den Kühlschrank. Und jetzt kümmern wir uns um die obere Karamellschicht. Dafür nimmst du dann 90 Gramm Zucker, verteilst dieses einfach so in deiner Pfanne, also ohne irgendwie Fett oder Butter noch mit rein zu machen. Machst die Pfanne einmal auf mittlere Stufe. Und dann kannst du in eine weitere Schale schon mal Wasser geben. Hier haben wir einmal 200 Milliliter. Und verreiben bzw. verrühren dort drin einmal die Maisstärke, bis diese sich dann komplett aufgelöst hat. Der Zucker sollte jetzt mit der Zeit schmelzen, so wie du es hier sehen kannst. Musst du einfach nur ein bisschen warten. Pfanne eben auf mittlere Hitze, damit es nicht zu heiß ist. Und nach einiger Zeit sollte das Ganze dann eben so aussehen. Jetzt geben wir schon mal 100 Milliliter Wasser mit in die Pfanne. Dadurch wird das Ganze erst einmal ein wenig hart. Du kannst es jetzt vorsichtig einrühren. Das wird dann mit der Zeit auf jeden Fall wieder flüssiger. Wenn das Ganze dann schon mal kurz eingerührt ist, dann holen wir hier wieder die 200 Milliliter Wasser mit der Maisstärke raus. Nochmal gucken, dass keine Klumpen drin sind. Und das kommt dann auch noch mit hinein. Und wird einmal eingerührt. Und sollte jetzt noch einmal schön aufkochen. Und dann solltest du es ungefähr so lange rühren, bis sich eben alles schön miteinander verbunden hat. Und du hier so eine richtig schöne cremige Karamellschicht hast. So wie du es hier sehen kannst. Dann ist das Ganze auch erledigt. Und jetzt kannst du einmal die Auflaufform wieder aus dem Kühlschrank holen. Und dieses Ganze noch einmal mit oben drauf kippen. Auch überall gut verteilen, sodass wir wirklich überall etwas davon haben. Und das Ganze dann noch einmal für ungefähr 30 Minuten in den Kühlschrank. Und danach kannst du dieses wirklich leckere Dessert ohne Ofen auch schon genießen. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch außerdem auch gerne in die Kommentare, wie dir dieses Dessert geschmeckt hat. Und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues leckeres Rezept mehr verpasst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken.